Wie sieht kirchliches Leben morgen aus? Welche Konzepte haben Potenzial und von was müssen sich Gemeinden trennen? So etwas zu entscheiden geht bekanntlich besser zusammen als alleine. Um auch mit weniger Mitgliedern und weniger Mitteln fit zu sein, sollen Gemeinden mehr kooperieren und in ihren Dekanaten sogenannte Nachbarschaftsräume bilden. Wer miteinander zukünftig wie zusammenarbeitet, wird dabei von Gemeinden und Dekanaten gemeinsam entwickelt. Das sagt ein entsprechender Beschluss der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die Kirchensynode hat im März dieses Jahres beschlossen, dass in allen Dekanaten sogenannte Nachbarschaftsräume gebildet werden. Das heißt, die Kirchengemeinden werden einander zugeordnet zur verbindlichen Zusammenarbeit, sodass jede Kirchengemeinde weiß, mit welchen benachbarten Kirchengemeinden sie in Zukunft eng zusammenarbeiten wird. Ende 2023 sollen alle Dekanate einen Plan vorlegen, wie ihr Nachbarschaftsraum konkret aussehen soll. Zusammen mit den Kirchengemeinden müssen sie sich überlegen, wo zum Beispiel gemeinsame Gemeindebüros eingerichtet werden oder wie die gemeinsame Nutzung eines reduzierten Gebäudebestands aussehen kann. Bei der Bildung von Nachbarschaftsräumen geht es vor allen Dingen darum, auch sozialräumlich sinnvolle Gebilde zu schaffen. Das spielt aber nicht immer eine Rolle. Häufiger wird geschaut, wer kann jetzt mit wem gut, welcher Pfarrer mag vielleicht welche Nachbarpfarrerin nicht. Und ganz besonders beliebt sind momentan die Fragen, welche Gemeinden haben viel Mitglieder und wenig Gebäude. Solche Fragen müssen die Gemeinden und Dekanate nicht alleine mit sich ausmachen. Thomas Eberl und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Regionalbüro Vernetzte Beratung EKHN 2030 am Paulusplatz sind immer ansprechbar. Wir planen mit den Kirchengemeinden und begleiten dann auch bei der Umsetzung, indem wir die Unterstützung koordinieren. Also es gibt ganz viele verschiedene, die zu beteiligen sind und wer, wann, wo, wie einzubinden ist, ist gar nicht so einfach. Und unser Angebot ist da zu unterstützen. Dafür haben wir auch personelle Ressourcen. Gelder haben die Dekanate, die in diesem Jahr ein sogenanntes Transformationsbudget bekommen haben, das zur freien Verfügung steht. Die einzige Anforderung ist, es muss zur Umsetzung von EKHN 2030 sein. Das Geld kann zum Beispiel für Workshops zur Teamentwicklung oder für die Planung von Klausurtagungen eingesetzt werden. Schon jetzt können sich Gemeindemitglieder auf der EKHN 2030 Website Infomaterial herunterladen. Einmal im Monat finden Online-Webinare statt, in denen gute Beispiele aus der Praxis vorgestellt und diskutiert werden. Bald nehmen außerdem sogenannte Transformationsunterstützer und Unterstützerinnen ihre Arbeit auf. Die sollen den Dekanaten vor Ort zusätzlich unter die Arme greifen. Schließlich ist der Prozess EKHN 2030 für viele auch mit Unsicherheiten und Sorgen verbunden. Solche tiefgreifenden Veränderungen, die machen natürlich auch Angst. Das ist ganz normal. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, wenn auf Erfahrungen anderer hingewiesen werden kann. Zum Beispiel, wenn ich sagen kann, wo hat das denn schon mal geklappt mit der Zusammenarbeit im Pfarrdienst oder wo funktioniert denn ein gemeinsames Gemeindebüro schon gut. Und wenn Kirchengemeinden dort nachfragen können, sich erkundigen können, in Kontakt treten, dann ist das ungeheuer hilfreich, weil dann gesehen wird, die Zukunft der Kirche ist eigentlich etwas, was schon angefangen hat.